Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Road. Der Mondberg macht mich fertig. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht mal zur Hälfte durch. Die Pokémon habe ich gerade vorne. Oh shit! Und raus! Interessant ist, dass die Geräusche der Pokémon dumpfer werden, wenn sie verletzt sind. Sergio, Impact oder Cooper? Ich würde sagen, Cooper ist gerade am wenigsten verletzt. So nehmen wir Cooper. So, gab es hier noch irgendeinen Trainer? Oh, der sieht mir nach einem Wanderer aus. Das heißt, die einen auf jeden Fall Tida nach vorne nehmen. Hilfe! Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Ja, mein netter dicken Wanderer. Wanderer möchte kämpfen. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht gern Commander nehme in der ersten Generation. Ich liebe das Feuer-Pokémon in der zweiten Generation. Das ist eine der wenigen Generationen, wo ich eigentlich am liebsten das Feuer-Pokémon nehme. Und allen anderen ist es immer das Wasser-Pokémon. Aber in der ersten Generation ist Shigi mein Lieblingsstarter. Und unser Tida kriegt das hin, hm? So schön, der wird echt Sinn. Ich dürfte noch einen kleinen Stein... Ne, in Onyx kommt sogar. Wenn wir gleich mal sehen, ob es eine Entwicklung gibt. Kein Problem. Wow, du hast mich total überrumpelt. Tatsächlich. Die Entwicklung von Horneal zu Kokuna und Diva habe ich ja off-screen gemacht. Da er hier sagt, es gibt noch genug Entwicklungen, die ihr dann on-screen sehen könnt. Schiller-Runde zu Shilok. Bild, nehmen wir kurz zum Pokédex. Hier ist kein Spielplatz. Ziehleine, Kleiner. Hab ja noch ein paar Sachen. So. Shilok erstmal. Immer noch Kröte. Dieses Pokémon lauert im Wasser auf Beute. Die Ohren ihn beim Schwimmen zur Orientierung. Außerdem denke ich, dass es eines der Bichu ist. Das Dreischwänzige. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede. Ähm, schaut euch Naruto an. Dieses Pokémon kann sich kaum bewegen. Bei drohender Gefahr verhärtet es seinen Panzer. Und Bibur hat... Dieses Pokémon ist sehr schnell. Es verfügt an den Vorderbeinen und am Schwanz über Giftstacheln. Vorderbeine wird das genannt. Okay. Wieder oben liegt noch ein Item herum. Oh schön, ein Mondstein. Fällt mir ein, es gibt ein paar Mondsteine, die versteckt sind. Da habe ich jetzt gar nicht nachgesucht. Ich meine, ich brauche eh nur einen dann für Nidoking, aber trotzdem. Ähm, ich hatte Koopa vorne, stimmt's? So, wir dürfen jetzt in der zweiten. In der zweiten Hälfte vom Mondwerk gleich sein. Mal sehen, ob wir noch Paras bekommen. Oh, da ist ja Paras. Die Rufe der Pokémon waren übrigens damals teilweise sehr, sehr ähnlich und teilweise nur ein bisschen angepasst. Ähm, ich glaube ich brauche noch einen Tickel. Oder ist das schon zu viel? Oh, das ist genau richtig. Das ist ja perfekt. So, ein Pokéball soll tierstreichen, um Paras einzufangen. Höre, Professor, ich habe es völlig lehren. Pokédex. Das Pilz-Pokémon. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf dem Rücken nutzen das als Birztier. Deswegen auch Käferpflanzetype. Ich glaube, hier in den Zwischenräumen gibt es sonst keine Trainer mehr. In den Tunneln. Ich meine, es sind eindeutig nur einfach zwei Ebenen, wie man sieht. Chiller, es wird Zeit. Ich muss wieder deine tödlichen Blubberblasen blasen. Es sind wenigen Pokémon, die eigentlich ganz gut aussehen. Die haben Bigs vor. Die meisten sehen da so kacke aus. Ich meine, so ein Gameboy-Spieler. Aber da habt ihr euch ruhig... Ihr hättet euch ein bisschen mehr Mühe geben können. Der Gameboy kann mehr. Okay, wenn wir uns zugeben, für ein Gameboy-Spiel ist diese Welt echt riesig. Wir sind jede Menge Rockets. Na, dann wollen wir mal. Geh, Erwachsene, nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Ich bin längst erwachsen. Ich bin nur zufälligerweise ein Kind. Oh Gott, möchte kämpfen. Ach ja, je. Level 16. Da werde ich gleich mal auf Chiller wechseln. Außerdem ist es unterentwickelt. Hier entwickelt sich erst auf Level 20. Klö. Ah, und du machst auch noch einen Volltreffer? Dann werden wir gleich mal Attack benutzen. Das könnte jetzt ein Untergang sein. Wieso hast du denn so ein starkes Pokémon? Ich nochmal Routenschlag. Chiller ist meine größte Verteidigung hier gerade. Oh, sehr gut. Boah, Glück gehabt. Oh, der macht schon wieder einen Volltreffer. Da werden jetzt meine letzten Tränke drauf gehen. Oh, Level 17 erreicht. Ich bin sauer. Ich auch. Schon lange vor, denn Menschen haben Pokémon hier gelebt. So, also. 20 Kraftpunkte. Das ist der letzte Tank. So, der nächste Rocketyp bin ich. Der ist gar nicht hier. Ich hoffe halt, dass der mich nicht so fertig macht wie der andere. Hm. Das kommt irgendwie bekannt vor die Gegend. Hier habe ich die schon mal gesehen. Und das auch gerade, dass es überhaupt keine, ähm, wilden Pokémon kommen. So, nächster. Wir vom Team Rocket werden die Fossilen entfinden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Das ist also euer Ziel. Ihr wollt einfach nur Geld. Und du setzt Radfahrt sein. Level 13. Meins ist auch Level 13, aber leider etwas schwächer von den KP-Graden als deins. Habe ich denn da eben so Geräusche gehört? Ich glaube, die Katzen machen wieder Unsinn. Und ein Zubatsch. Ich würde mal sagen, Sergio ist das Richtige. Na super. Gut, wir versuchen es wenigstens einmal. Sehr gut. Ach, ein Volltreffer. Ja, danke. Kupa erreicht Level 14. Oh, schön. Das, was ich wollte. Ach, was da leer macht, ist mein Mann. Ja, das gibt es nicht. Du machst mich irre. Das Team Rocket wird dich im Auge behalten. Ähm, tja. Ich würde mal sagen, Impact ist jetzt der nächstbeste, den wir hier nutzen können. Wo waren denn eigentlich noch mal Dämonsteine versteckt? Ach, der Fossilien-Typ. Stopp! Hinde weg! Wer zuerst kommt mal zuerst. Die Fossilien gehören mir! Der Streber möchte kämpfen. Ach, der hat Slimer. Okay, gut, dass ich jetzt Impact vorne hab. Aber hat Slimer nicht Konfirmator drauf? Aber schon auf dem Level. Jetzt nur noch Pfund. Und noch eine Horn-Attacke. Und ein Aussetzer. Oh, Glück gehabt, das ging daneben. Das auch. Jetzt hab ich aber Glück gerade. Also kenne ich's, dass die Gegner mehr Glück haben. Na, das wird kein Problem sein. Dieses Voltiball wird doch nicht Explosion drauf haben. Aber wenn wir jetzt bei der Fossilien sind, dann sind wir so gut wie durch. Dann ist der Mondweg nicht mehr weit. Oh Gott, wie ich das für euch von Kreideschrei hasse. Zum Glück diesmal nicht. Diesmal nicht. Und Apple 14. Gipfstachel gelernt. So, jetzt kommt noch ein Smogon. Äh, ich werd mal mit dem Silberblick anfangen. Aber das Ganze mit dem Horn-Attack nicht ganz so lang dauert. Hui. Ich glaube, ich sollte lieber wechseln. So, Sergio ist das nächstes Beste, was noch detoniert werden muss. Hoffentlich gibt's ja eine Vergiftung. Gut, ich hätte eigentlich wieder Donnerwelle starten können. Verdammt, Donnerwelle ist so praktisch. So, probieren wir's mal. Ja, mal sehen wir das Geräusch nicht. Ha, Veralyse ist klasse. Verdammt, das hat nochmal einen Smog einsetzen können. Nein, vergiftet. Aber, nach der ersten Vergiftung haben wir hier noch keinen KP-Verlust. Das... Shit. Das hat überlebt. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir jetzt die letzten paar mit... ... tatsächlich einem Giftstapel wegzumachen. Hm. Wenigstens sind jetzt alle wenigstens Level 13. Na gut, ich gebe dir eins ab. Hey, nicht zu gierig. Ich sag, ich gebe dir eins ab. Es gibt nur eine richtige, weil wir mal Twitch-Plays Pokémon gespielt hat. Äh, gespielt, geguckt hat. Und zwar das Helix-Vosil. Okay, dann gehört das hier mir. Auf der fernen Zinoba-Insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilem Genmaterial Pokémon zu schaffen. So, welches Pokémon ist denn jetzt hier am... ... wenigsten angeschlagen? Ja, real. Wie gesagt, wir dürften ja eigentlich bald hier draußen sein. Okay. Kleiner Tunnel. Ja, das ist doch... Da bin ich ziemlich sicher, es gibt zwei Mondsteine, die man einfach so findet. Ach, ich glaube der andere könnte es sein, dass er hier herumliegt. Rote 4 Mondberg, Azuria City. Es gibt irgendwie im Internet den Glauben, dass Gaby oder Blau direkt nach dem Mondberg einen zum Kampf herausfordert war. Das stimmt nicht. Das ist erst in Azuria City. Das könnte übrigens, könnte das eine Herausforderung werden, dieser Kampf. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal die Pokémon heilen lassen. Aber erstmal gucke ich, ob es hier noch ein paar Items hier rumliegen. Weil ich mir grad völlig unsicher bin. Weil wenn wir hier runter gehen... ...dann war's das. TM4 ist... Oh, ich die Pokémon will mir die TMs angucken. Wirbelwind. Ich glaube, das lernt Hauptsie von sich aus. Da oben ist noch eine Trainerin. Aber so komme ich da nicht dran. Okay. Sieht aus, als müssen wir jetzt runterspringen. Hier ist noch ein bisschen hohes Gras. Wo ein Ratspratz. Naja, das sollte Ariel eigentlich hinbekommen. Ich bin Stoß. Ich denke, ich habe ja Impact. Ich hätte keinen Sinn, zwei Gift-Tokemon ins Team zu nehmen. Also sollte ich eigentlich Retter nicht ins Team nehmen, auch wenn ich Abo cool finde. Hm. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Entscheidung. Wobei es halt auch, äh, die Dunkin zu so ein Gift-Boden-Pokemon wird. Das ist ziemlich gut. So, wir sind in Azurias City angekommen. So, stellst du eine Enzykli für die der Pokémon? Das klingt lustig. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Das ergibt ja dann viel Sinn. Fahrradladen fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ja, weil man damit auch normalerweise nicht fährt. Ähm, in der Stadt fährt. Ein brandneues Fahrrad. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Ich habe nicht genug Geld dafür. Eine Million. Besuch uns doch mal wieder. Keine Fahrräder kosten so viel. Echt jetzt. Tipps für Trainer. Drückt man den W-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Ein Haus ohne Tür. Kaufen wir mal ein paar Tränke. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ich hole dich in Ruhe um. Er trank. So, fünf Stück erstmal. Das war's. Was habt ihr denn zu sagen? Besitzst du Sonderbonbons? Gib mal einem Pokémon ein Bonbon, dann erreicht es den nächsten Devil. Ich benutze einen Schutz, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Optimalen Schutz solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Okay. Lammus macht ein Nickerschen. Ach ja. Okay, Lammus, jetzt Ultrasch allein. Los, mach schon, Lammus. Lammus, schlage zu. Oh nein, wieder nicht. Lammus, zurück. Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, fängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Und von der Anzahl der Orden. Lammus ignoriert die Befehle. Lammus macht ein Nickerschen. Aber die Pokémon, die man selbst gefangen hat, gehorchen meistens. Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Azurias sind die Pokémon-Arena-Arena-Leiterin? Misty. Die gruselige Arena-Leiterin, was? Hieß das nicht die bezaubernde Meerjungfrau? Habt ihr das geändert? Azurias sind die eine mysteriöse blaue Aure umgeblich statt. Was war an der bezaubernden Meerjungfrau so falsch? Ja, wir wollen schnell mal heilen. Ich möchte nämlich noch mal kurz zurück auf die Route 4. Mal gucken, ob ich da nicht noch was fangen kann. Wieder vorbeikommen. Ist gut. Willi besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Hat man dir schon von Willi erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémandiek. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidig auf Willi. Wie würde denn nicht mit seinen Pokémon prahlen? Dieser Bill. Ich hörte für seltene Pokémon, würde er alles tun. So, äh, ich wollte ein paar Sachen in den PC legen. Item ablegen. TM12. Äh, nein. Das KP Plus. Nein! Verdammt! KP Plus. Sonderbomben. So, ich hab noch ein paar TMs. Weg damit. Den Mondstein brauch ich noch nicht. Das Helixziel brauch ich noch nicht. Und die TM4 kann auch weg. Gut. Dann gehen wir mal jetzt zurück. Obwohl, wir haben hier noch in Azurias City noch nicht alles gesehen. Na gut, wir haben uns den Süden angeguckt. Hm. Ne, wir gehen erst für den Rest von Azurias City angucken. Hier in dem Haus gibt's irgendwas. Ähm, im Garten. Das weiß ich. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind Geheimnisumwoben. Also dann? Welchen Nacht-Orden soll ich dir etwas erzählen? Ja, der sagt mir einfach, was passiert. Angriffe deiner Pokémon werden ein wenig verstärkt. Außerdem kannst du jederzeit Blitz einsetzen. Also dann... Nein, das wollte ich nicht. So, der Quell-Orden noch. Pokémon mit Level 30 folgen deinen Befehlen. Pokémon höhere Level geöffnet jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneideraussaal von Kämpfen nutzen. Und das brauchen wir erstmal nicht. Ich will dich nicht mehr besuchen. Also hier am Garten gibt's irgendein... Hier liegt irgendein Eidon... Aha, ein Sonderbonbon. Gut, dann hab ich das. Und wenn wir da hochgehen, wird uns Gary zum Kampf herausfordern. Äh, Blau. Die ganze nenne ich den Gary. Weil er halt immer in den Pokémon-Comics und Fanart so genannt wird. Mit mir war ich in dem Haus schon. Ich glaube nicht. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Was hast du denn zum tauschen? Hallo, willst du dein Quapuzzi nicht gegen ein Rosana tauschen? Ich hab leider kein Quapuzzi. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Ähm, wir sind jetzt bald durch. Ich denke ich wirklich dann noch ein bisschen auf die Route 3 und gucke, ob wir nicht einen Rittan abfangen können. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Achja, und ein Kind, das durch den Mond weggeht, hat einfach mal ein paar von denen einfach so erledigt. Ich frag mich echt, was die Polizei macht. Zurück zur Route 3 hab ich die ganze Zeit gesagt. Zur Route 4. Ja. Äh, welches Pokémon ist denn vorne? Immer noch Gareal gerade. Eigentlich müssten wir jetzt Sergio und Koopa, äh, ich mein Calibri noch ein bisschen trainieren. Die haben nur Level 14, äh, 13. So, mal gucken. Wie dürfte es noch ein, zwei neue Pokémon geben? Neben Taubzi und Radfratzi einfach überall auftauchen. Und ich möchte noch ein bisschen Zeit daran investieren, diese zu suchen. Bevor wir diesen Part beenden. Na, ich übernutz den Arschock, jawoll. Und nochmal. Das macht irgendwie nicht wirklich viel. Dann kannst du mich auch noch zu keep. Na toll. Jetzt haben wir den Schlag voll einstecken müssen. Ich mein, irgendwie hat's ja geklappt. Wie gesagt, der nächste Kampf gegen Blau wird ein bisschen hart härter. Kann sogar sein, dass sein erstes Pokémon bereits Level 18 ist. Ich find's mir ziemlich sicher, man muss diese Kämpfe gegen Blau nicht gewinnen. Aber naja, es ist schöner, wenn man sie gewinnt. Wow, das war jetzt aber hart. Heftig. Was triffst du so heftig? So, gucken wir uns noch einen Kampf an. Nochmal. Ich möchte Retter anfangen, hallo. Dann werde ich jetzt mal auf Kalibri wechseln. Ich möchte mich sicher rettern, war nicht so selten. Topf. Machen wir ein paar Furienschläge. Gibt's toll, wenn du fünfmal triffst. Schade. Sag mal, hört ihr mal auf mit unseren Volltreffern jetzt! Langsam nicht mehr witzig. Doch super. Los, mach es fertig. Vielen Dank, wenigstens etwas. Und jetzt sind die hier in der Volltreffer total erledigt worden. So, noch eins. Schauen wir uns an, wenn's das immer noch nicht Rettern ist. Gehen wir wieder zurück ins Pokémon Center und gucken uns im nächsten Part ein bisschen weiter hier um. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Rettern hier fangen kann. Und das nicht so selten sein sollte. Ich könnte auf der Poké-Wiki gucken, wie hoch ungefähr die Chance ist, dass es auftaucht. Vielleicht haben wir jetzt noch Glück bei dem letzten Kampf. Hey, tatsächlich! Start noch so. Ähm, wir fangen mit einem Pickel an. Ich würd mal sagen, wir werfen gleich den Poké-Boll. Reicht's? Ja. Der Eintrag im Pokédex wird angelegt. Der Eintrag im Pokédex wird angelegt. So, ich werd da noch austauschen, denk ich. Ähm. Und dann wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Pokémon-Training drin sein. Weil ich dürfte ja jetzt eigentlich alle gefangen haben, die da sind. Ne, ich werd erst mal heilen. Und hier will ich grad keine verletzten Pokémon an den PC legen. So, heilen. So, Pokémon sind topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Und da muss ich nochmal heilen. So. So. Und nun sind wir das PC wieder hergestellt. So blablabla. So, wir legen ab Calibri. So, wir nehmen mit Verdana. Ja. Ich hatte ja... Äh, Verdana ja noch nicht, oder? Benutzt. Ne. Waren andere Namen. So. 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 Jetzt... Gucken wir uns gleich mal... ...Dana an. Level 10. Pickel, Silberblick und Giftstacheln als Attacken. Genau 1000 EP gerade. Okay. So weit, so gut. Gleich können wir abspeichern. Oh, bei uns regnet's ja gerade total. So, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich glaube, die, die mich immer weniger denken. Wir spielen. Bis zum nächsten Mal.